Moin Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Nichterweisheit, letzter Schluss. Dieses Mal schauen wir uns so ein bisschen Paketmanagement unter SUSE an, wie das Ganze funktioniert. Und das Ganze am Beispiel von OpenSUSE Leap 15.6, darum dieses Chameleon, was einen Sprung macht, falls man das erkennt. Wie quasi jede andere Linux-Distribution, die ein Paketmanagement dabei hat, gibt es natürlich auch bei SUSE bzw. den Geschmacksrichtungen, die es sonst noch so gibt, ein Paketverwaltungssystem auf der Kommandozeile. Und das heißt bei SUSE, Zypper, 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 wie auch immer, also Zypper. Und das funktioniert analog wie die anderen Paketverwaltungsprogramme, zum Beispiel APT unter Debian, Ubuntu, Linux, Mint oder YAM bzw. DNF unter der Red Hat-Schiene mit einmal Linux, Rocky, Linux und so weiter. Der grundlegende Ansatz dabei ist eigentlich immer gleich. Also man möchte Paketquellen irgendwie verwalten. Man möchte Pakete installieren bzw. natürlich auch wieder deinstallieren. Die Software, die bereits vorhanden ist, die möchte man auch hin und wieder mal aktualisieren. Und so ein bisschen Informationsbeschaffung zum Paketstatus. Also was ist installiert, in welcher Version, was ist in welchem Paket drin und so weiter und so fort. Darum kümmern sich die Paketverwaltungssysteme der jeweiligen Distribution und natürlich auch Zypper. Zypper kennt dabei Kommandos, also sowas wie installieren, deinstallieren, aktualisieren. und Schalter, sowas wie nicht-interaktive Installationen. Und dabei gibt es fast immer eine ausgeschriebene Variante, die, also sowas heißt wie hier non-interactive oder auch eine abgekürzte Variante für minus N. Also wenn man sich besser damit auskennt, dann kann man es auch kurz hinschreiben. Aber wenn man jetzt eigentlich sprechenden Namen haben möchte, wo man auf den ersten Blick irgendwie schon sieht, was es machen soll, dann gibt es auch die langen Versionen. Müsst ihr halt gucken, was ihr lieber haben wollt. Bei der automatischen Lizenzzustimmung gibt es allerdings bloß die langen Versionen und ja, bei den meisten anderen eben auch die Kurzvariante. Also es gibt zum Beispiel sowas wie das non-interactive. Dann werden Installationen, Deinstallationen, Aktualisierung ohne weitere Nachfrage gemacht. Ansonsten kommt üblicherweise so eine Nachfrage, sollen wir das jetzt wirklich machen? Und damit unterdrückt man das Ganze. Das ist natürlich besonders praktisch, wenn man es in ein Skript reinpackt. Dann haben wir auch noch keine Ausgabe dabei. Also üblicherweise durch das Quiet wird die Ausgabe unterdrückt. Es sei denn, es treten Fehler auf, dann sieht man die doch wieder. Und die Übersicht über die ganzen Befehle und Parameter erhält man mit minus minus help. Die ganzen Befehle, die ihr hier so seht mit den ganzen Kommandos und Schaltern und so weiter und so fort, findet ihr in den Folien. Die sind verlinkt unten in der Videobeschreibung. Und daraus könnt ihr die dann rausnehmen und kopieren, einfügen. Und da gibt es dann auch die Links zu meinem jeweiligen anderen Kanal bei YouTube bzw. Peertube und umgekehrt. Und die Folien sind eigentlich so ausführlich jedes Mal, dass ihr das Video gar nicht nochmal angucken müsst. Dürft ihr natürlich, ist ja klar. Aber ihr müsst da nicht nochmal reingucken, sondern wenn ihr hinterher irgendwann nochmal schnell durchblättern wollt, sind die Folien eigentlich umfangreich genug, sodass ihr wisst, worum es geht. Und da steht quasi alles drin. Genau, so. Also Folien unten verlinkt. Das mache ich jetzt auch mal. Ich nehme mir da jetzt was raus und probiere es gleich in der Konsole einmal aus. Ich habe mich auf dem OpenSUSE Leap 15.6 eingeloggt. Und wenn ich das jetzt mal da reinschmeiße, sieht man das hier. Die Liste mit den verschiedenen Schaltern und Kommandos. Mit den Paketquellen ist es so ein bisschen anders, als was man das von Debian und Ubuntu so kennt. Dort geht man ja üblicherweise über Dateien. Dort trägt man in der etc. apt-sources-list.de und dann eine extra Datei ein, was man denn noch gerne dazu haben möchte. Abgesehen von den Paketquellen, die sowieso schon da sind. Das ist so da der normale Weg. Hier gibt es zwar auch Dateien, wo es drin steht, aber man verwendet wohl eher dieses Zipper-Zipper-Repo dafür. Und da gibt es verschiedene Kommandos für, unter anderem, um erstmal zu gucken, was kennt meine aktuelle Distribution so an verschiedenen Paketquellen. Damit kann man sich das Ganze einfach mal auflisten. Das ist jeweils hier die lange Variante. Dann kommt der Schrägstrich und danach die kurze Variante. Also wir können jetzt Repos als Kommando verwenden oder bloß LR für List-Repos. Wenn ich das jetzt einmal ausprobiere, was da rausfällt, dann sieht es so aus. Also wir haben hier verschiedene Paketquellen drin, die einen sprechenden Namen haben. Die Standard-Paketquelle, dann gibt es noch Updates und speziell hier für Debug und noch mehr Debug. Dinge, die nicht Open-Source sind und ja, noch ein bisschen mehr. Diejenigen, die aktiv sind, die sind so weiß und die deaktivierten sind so, ja, das ist ein Braun-Ton, also braun-orange irgendwie und die sind deaktiviert. Dann haben wir ja auch noch die Überprüfung, ob das Ganze signiert ist. Das ist so ähnlich wie bei Debian, da sind die Paketquellen ja üblicherweise auch signiert, sodass es keine Verfälschungen auf dem Übertragungsweg gibt und dass keine bösen Leute da irgendwie manipulieren können. Dann haben wir noch im letzten Teil hier Refresh, also die Paketquellenliste. Die wird hin und wieder neu aus dem Internet runtergeladen, damit der Paketmanager auch genau weiß, was es gerade für aktuelle Pakete auf dem jeweiligen Server gibt. Also damit der Paketmanager weiß, es gibt jetzt das Paket KDN Live in der Version 24.08.3 oder so. Und bei jedem Mal, wo diese Liste wieder aktualisiert wird, wird die Datenbank auf dem lokalen Rechner, wo ihr davor sitzt, oder euer Server, der speichert diese ganze Liste mit verfügbaren Paketen ab und die wird durch dieses Aktualisieren einem aufgefrischt. Das geschieht üblicherweise bei Super automatisch. Also ihr müsst das nicht paant anstoßen, wie bei Debian, wenn ihr es auf der Kommandozeile macht. Das ist ein bisschen anders, aber ihr könnt dieses Aktualisieren von den verfügbaren Paketen auch paant anstoßen. Aber üblicherweise braucht man das eher nicht. Neben diesem Befehl, um die bekannten Repos aufzulisten, beziehungsweise die Paketquellenlisten, die bekannt sind, gibt es natürlich auch noch weitere. Zum Beispiel, um die Informationen nochmal zu aktualisieren, was dem APT Update bei Debian entsprechen würde. Das wäre das hier mit dem Refresh. Die Paketquellenliste kann man auch noch modifizieren. Wir haben ja gerade gesehen, die haben alle so eine Nummer, die erste, zweite, dritte und so weiter. Und mit dem Modify Repo, beziehungsweise MR in der Kurzvariante, kann ich einzelne Paketquellen deaktivieren. Also die, die weiß sind, zum Beispiel die erste. Wenn die erste weiß ist, kann ich sie damit deaktivieren, mit dem D. Und ich könnte sie genauso gut wieder aktivieren, also enable und dann auch wieder die Nummer dazu. Sollte ich im Internet irgendwo Paketquellen finden, die ich dazu packen kann, also natürlich muss man immer dem Hersteller der Paketquelle vertrauen und so weiter. Aber das ist so ein bisschen so wie die PPAs bei Ubuntu. Da kann man denn über Add Repo und die betreffende Quelle eine neue Paketquelle hinzufügen. Und natürlich kann man auch das Gegenstück machen. Man kann die auch wieder entfernen, indem man den Namen angibt. Beim Aktualisieren von der Paketquellenliste landen ja so temporäre Daten, so eine Datenbank auf der Platte oder der SSD. Und die kann man auch wiederum löschen und dafür gibt es das Clean hierbei. Also wenn man das nächste Mal was installieren möchte, wird es natürlich wieder runtergeladen aus dem Internet. Aber für eine kurze Zeit ist man das Ganze los und man ist dabei dann auch sicher, dass der Paketquellencage auch aktuell ist, wenn man den das nächste Mal verwendet, weil es neu runtergeladen wird. Natürlich braucht man auch so eine Paketsuche, denn man weiß ja vielleicht nicht unbedingt, wie das Paket konkret heißt. Vielleicht weiß man, wie die Software heißt, aber das Paket heißt vielleicht nochmal ein bisschen anders. Dafür gibt es das Kommando Search bzw. SE abgekürzt und danach kommt der Suchbegriff bzw. Suchbegriffe, wenn wir was suchen möchten. Testweise suche ich jetzt einmal nach Midnight. Das gibt den Midnight Commander einen zweispaltigen Dateimanager, der auf der Kommandozeile läuft. Und den installiere ich ganz gerne bei verschiedenen Systemen immer mal dazu, um so ein bisschen Überblick über das Ganze zu gewinnen. Mal gucken, ob das hier auch klappt, wenn ich danach suchen lasse. Das Ganze muss jetzt nochmal aktualisiert werden, damit diese Informationen aktuell sind, die in der lokalen Datenbank mit den verfügbaren Paketen da sind. Also Midnight hat insofern nicht funktioniert und wenn ich jetzt bloß mal MC eingebe, das ist üblicherweise die Abkürzung dafür. Da haben wir hier MC Midnight Commander. Also das sucht nicht in den Beschreibungen. Okay, wenn ich das Ganze jetzt installieren möchte, dann benutze ich hier den Parameter Install bzw. IN bloß und führe das einmal aus. So und dann sieht das so aus. Dann werde ich jetzt nochmal gefragt, ob ich das installieren möchte. Da steht dann auch bei, so viel wird runtergeladen, so viel Platz wird insgesamt verbraucht. Und da kann ich jetzt sagen, J für weiter, N für nö und V, keine Ahnung, was macht V. Oder ich nehme mal einfach das Fragezeichen. Und was haben wir hier? Da haben wir ja, nein, genau. Anzeige der Paketversionen ein- ausschalten, Architektur, Repository und so weiter. Machen wir mal D. Was da so steht, also da würde die folgenden zwei empfohlenen Pakete wurden automatisch gewählt. Also das Paket mit Sprache, denke ich nochmal, Spracheinstellungen und, äh, sorry, so zum Brennen von Isos. Okay. Lib Burn. Okay, okay. Ja. Und natürlich das Hauptpaket mit dem Midnight Commander drin. Lib SSH noch dazu und so weiter und so fort. Und dann landen wir insgesamt bei sieben Paketen. Und wenn ich jetzt J und Enter drücke, dann werden die Pakete runtergeladen und nacheinander installiert. Und dann habe ich hinterher den MC, den Midnight Commander. Das sieht dann so aus. Ja, also Paketinstallation, wie man es auch von den anderen Distributionen ja auch so ähnlich kennt. Möchte man jetzt ein bereits installiertes Paket oder gleich mehrere in einem Rutsch nochmal neu installieren, gibt es den Schalter minus F für Force und dann wird das nochmal installiert. Es gibt so Randfälle, wo man das ganz gerne mal braucht. Wenn irgendwie was kaputt gegangen ist, wenn man vielleicht eine Datei gelöscht hat, die zu einem Paket gehört, so kann man das Ganze nochmal neu installieren, ohne es vorher zu deinstallieren. Also quasi nochmal so die Installation auffrischen. Dann kann man auch einzelne Pakete installieren. Bei OpenSUSE und den anderen Varianten von SUSE hat man RPM-Dateien, also die aus dem Red Hat Package Manager kommen, das Universum von Red Hat halt. Und da kann man über das Kommando IN, also genauso wie beim Installieren aus dem Internet, auch eine lokale RPM-Datei angeben und die wird dann installiert. Das Gegenstück ist dann Remove bzw. RM mit den Paketnamen, die danach kommen und dann wird das ganze Zeugs wieder deinstalliert. So ähnlich wie es beim Ubuntu, Debian und Linux Mint Metapakete bzw. so Paketgruppen gibt, die kann man unter Debian mit Taskcell sich anzeigen lassen und dann über so eine Textmodus-Oberfläche auch installieren lassen. Sowas ähnliches gibt es ja auch. Da gibt es Paketgruppen, die kann man sich anzeigen lassen, indem man SE angibt und dann Minus T und dann Pattern angibt. Gucken wir einmal kurz, was uns da so erwartet. Das sieht dann so aus. Da haben wir so Zusammenstellungen von Paketen, zum Beispiel 32-Bit-Laufzeitumgebung, auch komplette Desktop-Umgebung mit den Programmen, die dazugehören. Sowas wie Budgie, Cinnamon, Deepin, genau, und viele andere oder Entwicklungsumgebung für C und C++ oder für GNOME oder KVM-Server. Und mit einem Schlag kann man das Ganze installieren, diese Zusammenstellung. Und das geht dann mit Superin statt SE-T Pattern und wie die Gruppe heißt. So ähnlich wie unter APT gibt es auch die Möglichkeit, Pakete automatisch entfernen zu lassen, die als Abhängigkeit mit einem anderen Paket mitgekommen sind. Und wenn man jetzt dieses eine Paket deinstalliert, dann brauchen wir auch die ganzen Abhängigkeiten nicht. Wie wir gerade bei dem Midnight Commander gesehen haben, da wurden verschiedene Bibliotheken mit installiert, also LibSSH zum Beispiel. Und wenn es jetzt kein Programm nach dem Deinstallieren von dem Midnight Commander mehr gibt, was diese LibSSH 2 gerne hätte, dann braucht man die ja auch gar nicht mehr. Und zum Entfernen von nicht mehr benötigten Paketen, die im Zusammenhang mit der Installation von einem anderen Paket mitgekommen sind, gibt es denn diesen Befehl hier, Packages minus minus offhand, offhand, also verweist. Ein wichtiger Punkt dabei ist natürlich auch immer Aktualisierung. Ein System sollte immer aktuell sein, das ist ganz, ganz wichtig, wegen Sicherheitslücken und auch wegen Behebung von irgendwelchen Problemen. Also, ja, das kann ja alles Mögliche sein. Also Bugfixes letztendlich und Sicherheitsupdates, das sind die beiden wichtigen Punkte. Wir können erst mal gucken, wie unser System überhaupt davor ist, ob es Aktualisierungen gibt. Da gibt es dann Listupdates beziehungsweise LU und dann kann man mit Update beziehungsweise Up die Pakete aktualisieren lassen. Also vorhandene Software, die schon da ist, die wird aktualisiert. Es gibt nicht bloß Aktualisierungen, die man machen kann und machen sollte natürlich, sondern auch noch Patches. Von der Art her funktioniert es eh nicht. Man kann erst mal gucken, was gibt es denn da überhaupt. Dann kann man noch mal genauer gucken und dann kann man die Patches installieren darüber. Dann, wenn man gesehen hat, dass diese Aktualisierungen alle so sind, wie man sie haben möchte, dann macht man hier ein Update beziehungsweise ein Distupgrade und das ist so ähnlich wie bei APT unter Debian, Ubuntu und so weiter. Das normale Update, das installiert bloß neue Versionen von Paketen, die schon da sind, darf aber keine zusätzlichen Pakete nachinstallieren. Wenn es jetzt ein Paket gibt, was eine zusätzliche Abhängigkeit dazu kriegen sollte innerhalb von diesem Update, dann würde das mit dem normalen Update nicht installiert werden, weil kein zusätzliches extra Paket installiert werden darf. Also die Anzahl der Pakete bleibt beim Update immer gleich. Im Gegensatz zu dem Distupgrade, da dürfte neue Software mit dazu installiert werden, wenn ein vorheriges Paket so geändert wird, dass es zusätzliche Pakete benötigt. Ist genau wie unter Debian, Ubuntu, Linux, Mint mit dem APT. Natürlich gibt es auch eine Möglichkeit, um zu gucken, was ist überhaupt alles installiert. Das geht mit Super Search beziehungsweise SE und dann können wir noch mit Minus I eingrenzen, dass wir bloß installierte Pakete haben wollen und danach vielleicht noch einen optionalen Suchbegriff. Gucken wir uns das Ganze auch noch mal kurz an, was da so rausfällt. und dann einmal so. So, und Minus I, das wäre jetzt die Pakete, die bereits installiert sind. Das sind die ganzen. Und wenn ich das jetzt ein bisschen eingrenzen möchte, zum Beispiel bloß auf den Midnight Commander, also wo MC drin vorkommt, zum Beispiel hier oder da am Anfang, dann grenze ich das Ganze noch ein bisschen ein und, ja, genau, habe dann die Informationen zu meinen installierten Paketen. Dann kann ich auch noch gucken, was in einem bereits installierten Paket enthalten ist. Dafür gehen wir so eine Paketverwaltungsebene runter und verwenden direkt das RPM-Kommando. Das ist so ein bisschen so wie dpkg bei Debian, Ubuntu, Linux, Mint. und hier ist es halt RPM, der Red Hat Package Manager. Und zusammen mit dem QL-Schalter kann man gucken, was in einem Paket drin ist. Und das sieht dann so aus. Diese ganzen Dateien stecken in dem Paket MC. Man kann auch den umgekehrten Weg gehen, indem man das Paketsystem fragt, zu welchem Paket gehört eigentlich folgende Datei. Und das geht mit SE-I, also SEARCH-I INSTALLED und PROVIDES stellt bereit, also welches Paket stellt folgende Datei beziehungsweise Dateiverzeichnis fahrt bereit. Und dann kann man auch noch ein bisschen mehr Informationen über so ein Paket rausfinden mit INFO beziehungsweise IN, wenn man jetzt mal zwei Buchstaben sparen möchte. Und wenn wir uns das jetzt nochmal angucken, was da so für Informationen sind, IN ist ja schon INSTALL. In der Folie korrigiere ich das noch, also da haben wir noch die Informationen darüber, woher das Paket kommt, wie es heißt, was die Versionsnummer ist, für welche Architektur das ist, Installationsgröße, Status und so weiter und so fort. Und eine Beschreibung. Zur Klarstellung habe ich mir nochmal rausgeschrieben und aus verschiedenen Quellen zusammengepuzzelt, was wahrscheinlich der Unterschied zwischen einem Patch und einem Paket ist. Darum steht ja auch so ein bisschen einschränkend anscheinend. Also ein Patch enthält anscheinend keine eigenen Daten, sondern nur Referenzen auf zu installierende Pakete. Das ist so ähnlich wie die Metapakete bei Debian, die eben auch keine Daten, sondern bloß Abhängigkeiten zu anderen enthalten. Nur Unterschied ist hierbei, dass die Paketquellen allerdings nur Repo Backports Update beziehungsweise Repo Update sind. Also quasi nicht aus dem normalen, sondern immer bloß aus den Update Zweigen geholt werden. Insofern ist so ein Patch eine Paket Zusammenstellung beziehungsweise ein Metapaket, was explizit auf diese Update Zweige verweist. Dann auch noch, Patches installieren wohl auch neuere Versionen einer Software, als sie in den normalen Paketquellen vorhanden wäre. So kommt man so ein bisschen zu neuer Software, wenn sich vielleicht ein Bug in der alten Version nicht fixen lässt oder wenn jetzt keiner Backport dafür gemacht hat. Dann darf im Falle eines vorhandenen Patches, was man installiert, auch eine neuere Version von einer Software installiert werden. Ist jetzt so meine Interpretation für diejenigen von euch, die sich besser damit auskennen, schreibt es gerne in Kommentar rein, wie das Ganze gedacht ist. Am besten auch mit einer Quelle dazu, wobei ihr direkt Links ja nicht reinpacken dürft. Also schreibt irgendwie rein, wo ich das denn finde, ohne direkten URLs zu verwenden. Ihr kriegt das irgendwie hin, da bin ich ganz zuversichtlich. Noch ein kleiner Bonus Teil, wie bekommt man jetzt raus, welche Version man überhaupt dort hat. Je nachdem mit welchem Suse-Produkt man es zu tun hat, funktioniert LSB Release minus A. Das funktioniert unter verschiedenen Distributionen, nicht bloß unter Suse, aber dort geht es auch. Die neueren, die unterstützen das wiederum nicht mehr, aber jetzt bei dem, was ich hier habe, da geht es. Da kriege ich dann raus, der Distributor ist Open Suse und das ganze Produkt heißt so und die Versionsnummer nochmal aufgeschlüsselt ist die 15.6. Wenn das jetzt nicht mehr gehen sollte, kann man auch die Datei etc. os-release ausgeben lassen, zum Beispiel mit cat und dann sieht das so aus, da steht noch mal ein bisschen mehr mit drin, also es steht mehr drin, aber Teile findet man wieder, die Versionsnummer, wie es heißt, die ID und so weiter, kommt auch wieder vor. Wenn man jetzt so ein System aktualisieren möchte, also die Version 15.5 von dem OpenSUSE Lieb habt ihr installiert und ihr möchtet jetzt gerne auf 15.6 aktualisieren, dann läuft das mit ein paar mehr unten hier durch. Ich habe mir die mal raus gepuzzelt und so hingepackt, sodass das gerade noch auf diese Folie drauf passt. Was machen wir da? Wir holen uns erstmal den letzten Stand von dieser Paket Datenbank aus dem Internet, sodass unser Paket Manager weiß, was es alles gibt. Dann machen wir eine Aktualisierung, also kein Dist Upgrade, sondern Update ohne weitere Rückfrage. Das sollte einfach durchlaufen, sind wir auf dem letzten aktuellen Stand von der Version, also ich sage jetzt mal 15.5 und dann sind wir da schon mal sauber davor. Dann gibt es natürlich auch diese Paket Quellen Listen Dateien, die liegen hier drunter. Üblicherweise fasst man die wohl nicht superhand an, sondern macht das schön über super, da gibt es die Kommandozeilen Parameter für, wie wir gesehen haben, aber es ist auch in den einzelnen Repo Dateien abgelegt. Das hier ist einfach bloß eine Überprüfung, dass in jedem Eintrag, in jeder URL, die da drinsteht, auch eine Variable Release Wer mit drin ist, sodass man es im nächsten Schritt aktualisieren kann. Also da sollte keine Versionsnummer fest einkodiert sein, sondern an der Stelle, wo in der URL die Versionsnummer der jeweiligen Distribution steht, da sollte diese Platzhalter Variable drin sein. Wenn das nicht vorkommen sollte, dann solltet ihr die jeweilige Datei einmal anfassen und den Release an die jeweilige Stelle reinschreiben, sodass das automatisiert aktualisiert werden kann. Mit diesem Befehl sagen wir dem Paket Manager nimm jetzt die Version 15.6 fülle sie an den jeweiligen Stellen in die URL ein, wo das hier steht, da kommt dann jetzt 15.6 an die Stelle und konfiguriere diese Paket Quellen Listen um, damit wir jetzt die neue Version und nicht mehr die alte verwenden. Dann machen wir auch noch das Abholen von den Paket Informationen aus dem Internet nochmal mit der neuen Version hier mit dem Refresh und dann machen wir hier den Dist Upgrade für auch wiederum die neue Version und sagen über diesen Schalter hier dass die Pakete schon vorher runtergeladen werden sollen also wir wollen erst alle neuen Pakete runterladen und sie dann installieren beziehungsweise aktualisieren lassen wenn das ganze durchgelaufen ist noch ein Reboot damit das System Neustart macht und dann jedenfalls soweit die Theorie dann sollten wir ein auf 15.6 aktualisiertes OpenSUSE lieb haben und ja mit anderen SUSE Distributionen sollte das prinzipiell genauso gehen wichtig bei diesen ganzen Aktionen ist natürlich es kann immer irgendwo was schief gehen es ist gut wenn man ein Snapshot davon gemacht hat wenn es eine virtuelle Maschine ist zum Beispiel so dass im Falle eines Falles man wieder zurückgehen kann zu einer älteren Version oder wenn an irgendeiner Stelle bei den ganzen Befehlen hier irgendwas nicht richtig sein sollte wenn es Fehlermeldungen gibt irgendwas nicht ganz richtig aussieht dann solltet er an dieser Stelle auf jeden das ist doof also immer vorsichtig sein gerade bei so einem Distributions Update auf die nächste Version das war es dann auch für diesmal mal wieder ein bisschen was anderes als anders 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 und so weiter denn mit dem Suse Bereich habe ich eher nicht so viel zu tun aber für ein Kunden Projekt habe ich wie ihr so ein Suse System bedienen könnt wenn ihr mal davor sitzt und vielleicht nicht so ganz firm da drin seid ansonsten natürlich gerne macht es nach passt aber dabei auf beim nachmachen dass der nichts kaputt macht und natürlich könnt ihr es auch lassen wenn ihr keine Suse System einsetzt und ja ansonsten natürlich abonnieren Glocke drücken und bis dann und tschüss ins ist das das